Oh Gott, ich will's nicht anklicken, ich will's nicht anklicken. Die sind dumm, wenn die mein Baby nicht wollen. Ich bin aufgelobt! Alex denkt, wir könnten uns die Gebühren leisten, ist aber nicht so. 50 Millionen Dollar? Tausend, Schatz. Wenn wir das Geld nicht haben, kann sie nicht aufs College. Willkommen. Ich weiß, wie sie die Studiengebühren für vier Jahre in einem Monat verdienen können. Ein Underground-Casino. Die Rechnung scheint aufzugehen. Dann rechne mal nach. Du bist 40 Jahre und gehst für 20 Jahre in den Knast. Wie alt bist du, wenn du rauskommst? 90. Nein. 100. Schatz. Wenn du einen Schmierzettel hast, kann ich's ausrechnen. Irgendwas ist faul an den Reinen. Wir schließen, hätten noch einen Kampf unsere Freunde ab. Schon mal von der Fight Night gehört? Sie gehen beide in den selben Kampfkurs im Gemeindehaus. Oh, die Tür in die Fresse. Leute, wir haben ein Problem. Ihr denkt, ihr könnt uns bescheißen? Was sollt ihr dagegen tun? Ah, ich hab ja solche Angst. Ich bin so groß, ich bin so großartig. Sagt deinen Freunden, das kriegen sie, wenn sie sich mit uns anlegen. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig.